In dieser Tabelle sind Projektkosten erfasst. Zu Jahresbeginn wurde für jedes Projekt ein maximales Quartalsbudget von 5000 Euro eingeplant. Orange eingefärbte Zellen zeigen auf einen Blick, wann ein Projekt diesen Schwellenwert überschreitet. Diese Tabelle zeigt die Umsätze verschiedener Produkte. Mit Hilfe einer bedingten Formatierung sehen Sie auf einen Blick, welche Zahlen im grünen, gelben oder roten Bereich liegen. Abschließend eine Tabelle, in der Excel Datumswerte automatisch einfärbt. Samstag orange, Sonntag grün. Damit keine Missverständnisse aufkommen. Sobald ein Zellwert die kritische Marke von 5000 überschreitet, färbt Excel die Zelle ein. Umgekehrt verschwindet die Farbe, wenn ein Wert unter die festgesetzte Marke fällt. Wenn, dann, das ist das Grundprinzip der bedingten Formatierung. Wenn ein bestimmter Schwellenwert überschritten ist, wenn ein Wert innerhalb eines bestimmten Bereiches liegt oder wenn ein Datumswert einem bestimmten Wochentag entspricht, dann? Tja, was dann passiert, das entscheiden Sie. Zellen einfärben ist nur eine Variante. Excel hält eine ganze Reihe von bedingten Formatierungen an Bord. So vielfältig die bedingten Formatierungen auch sein mögen, ihr Sinn und Zweck besteht immer darin, dass Sie auf einen Blick die Kerninformation erhalten. Zum Beispiel Budgetüberschritten, im grünen Bereich oder Wochenende. Zum Beispiel Budgetüberschritten, im grünen Bereich oder Wochenende.